Das Nike Free Konzept begeistert mittlerweile seit Jahren alle Läuferinnen und auch Nichtläuferinnen und hier zeige ich euch den neuen 3.0. Und auch die vierte Generation überzeugt wieder mit einem unverwechselbaren Gefühl von Leichtigkeit und Barfußlaufen. Von allen Nike Free Modellen kommt der 3.0, dem Barfußlaufen am nächsten. Grund dafür ist die einzigartig flexible Sohlenkonstruktion, die Bewegungen in alle Richtungen ermöglichen und die Freiheit des Fußes überhaupt nicht einschränken. Das weiche Obermaterial liegt eng an und trägt sich fast wie eine Socke. Die Schnürung folgt dem anatomischen Verlauf des Fußrückens und optimiert dadurch Halt- und Passform. Durch das weiche und annähernd nahtfreie Innenmaterial kann der Free übrigens auch gut barfuß getragen werden. Das Fühleit Sohlenmaterial gibt während sportlicher Belastung ausreichend Dämpfung. Aufgrund des äußerst positiven Trainingseffektes für die Fuß- und Unterschenkelmuskulatur empfehlen wir die Free Modelle grundsätzlich für alle Läuferinnen. Und da die Free Modelle in vielen Farben erhältlich sind, findest du auch bestimmt einpassenden für deine Freizeit. Und die Free Modelle könnt ihr natürlich in unseren Runners Point Filialen bekommen oder hier im Shop bestellen unter www.runnerspoint.com. 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 Vielen Dank.